So, lässige Geschichte, den habe ich gerade von Salzburg auf Linz fahren dürfen und rechtzeitig übergeben können, sodass ich nur Firmen gehabt habe können. Voll cool. Leider auf der Schattenseite, aber das passt schon. Ich habe schon gemeint, ich kriege gar nicht drauf. Night-Jet-Lock mit Night-Jet kann ich tun. In Fotografen-Zurteilen gibt es das nicht so oft. So, aber jetzt nichts für eine Pause. So, sieh. 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 So, sieh.